Was ist denn das für Quatsch? Moment mal, hier. Herr Präsident, das war so nicht abgesprochen, Herr Brezeler. Ich hatte eigentlich vorher ganz anders. Na, die Frau. Och, hat man sich auch so ins Plümmo geschossen wie mich. Ja, es tut mir leid. Darf ich mal kurz durch? Hofnarr, ich habe so eine Schwellung. Ich habe mir das auch nicht. Ich bin der Karierte sonst. Ja, kann man nur nicht so gut erkennen. Man hat mich ja in einen Sack geschossen. Das gefällt mir gar nicht. Ein Originalkostüm von 1823. Ja, so riecht es auch. Die hatten damals keine Reinigung. Und diese Tradition haben wir behalten. Da kriege ich so einen Hals drüber, nicht wahr? Ich könnte mir alles vorstellen, aber nicht Hofnarr. Ja, lachen Sie ruhig mal. Sie können zu Hause ruhig zeigen, dass hier noch Reststimmung herrscht in dieser Hütte, nicht wahr? Das kann man ruhig auch mal zeigen der Nation. Ja, komm, komm, komm. Das ist doch wahr. Ich meine, ich muss es gerade erklären. Ich soll jetzt hier den Hofnarr machen. An der Türe haben Sie mich abgefangen. Ich wollte nur gerade... Königin Mutter, kommen Sie rein. Ich bin am Arbeiten hier. Das... Auch Tisch 1, natürlich, klar. Sitzen Sie bequem. Ich hatte den anderen Leuten gerade erzählt, dass ich jeden Hofnarr machen soll. Ich kann mit meinem Kostüm überhaupt nichts anfangen. Ich muss nicht, was das sein soll. Drum kommt es beim CSD oder wenn man noch in der Altschall besucht. Das war ein Blödsinn. Ich war jetzt, bist du reingekommen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich hier erzähle. Haben mich draußen, haben Sie mich abgefangen. Ich wollte nur gratulieren kommen. Haben Sie gesagt, hier, Metzger, mach Hofnarr. Ich sag, nee, ruf den Gottschalk an, der hat Zeit, nicht wahr? Und umziehen muss der sich auch nicht großartig, verstehst du? Nee, haben Sie gesagt, haben wir gemacht, der will 14.000. Ich sag, ich mach's für 11, verstehst du? Ja. Ich hab 14 fürs Taxi bezahlt, bin ich 3 im Minus. So eine Schwellung, kann ich das sagen, nicht wahr? Hofnarr, vereinzelt wird geklatscht. Das ist Köln, nicht wahr? Ich müsste in diesem... Sie kommen aus Mainz. Sie sprechen gut Deutsch. Ach so, ich, ja. Nee, ich bin dekariert. Da hast du mich immer noch nicht erkannt. Was hast du für ein Dioptrien? Lass mal nachschleifen. Das ist doch nicht normal. Was habt ihr wieder für ein Zeug in der ersten Reihe gelegt heute? Das macht keinen Spaß. Nee, war Spaß. Das ist komisch für die Zuschauer zu Hause an der Geräte. Das ist jetzt hier nicht meins, wie es singt und lacht oder wenn Printen am Tisch steht in Aachener Karneval. Nein, nein. Das ist hier die Prinzenproklamation des... Was hab ich gesagt? Boah, meine Jungfrau, wie lange sitzt du schon da? Die haben sich aber das Ding auf den Kopf gehämmert, da kommt ja kein Lächeln mehr durch. Das ist ja... Hey, die Witzke. Das ist für die Zuschauer zu Hause an der Geräte. Das ist die Prinzenproklamation in Köln. Das ist quasi der Begegnung eines der größten Volksfeste weltweit. Das ist ein Volksfest. Was wir hier feiern, ist ein Volksfest, ein Fest für den kleinen Mann. Also, ich sag mal anders. Wir feiern hier stellvertretend für den kleinen Mann. So können wir das sagen. Ich warte, ja. Das ist die Prinz, ja. Ja, genau. Ich darf es ja sagen, ich habe ja Plümmo an, verstehe Sie? Weil der kleine Mann, der kommt hier gar nicht rein. Der kriegt hier keine Karten. Das ist das Problem. Schwenken Sie mal rum. Sie werden doch dafür bezahlt. Schwenken Sie hier mal rum. Sie hatten 100 Euro. Gehen Sie mal auf den Mann. Er hat 100 Euro, der für den Westböckchen Rundfunk. Wir müssen von den Gebühren leben. Das sind die gleichen Leute, die letztes Jahr auch da... Bis auf den Schrammer. Der kommt immer näher an der Bühne. Ich verstehe es nicht. Ich komme immer näher an der Bühne. Ja. Hat ihr das so? Nichts. Wo ist der Rotas? Sitzt du drauf? Wo ist der Rotas? Ach da. Herr Rüschi. I love. Der kommt immer näher nach vorne, der Schrammer. Der will mal Präsident werden hier. Ich sehe, dass es kommt. Das wäre ja ein ganz anderes Bild als wie das Hemd da oben. Wo ist er überhaupt? Ich weiß, der Schrammer wäre ja eine Doppelspitze quasi. Aber ist egal. Wollen wir nicht drüber sprechen. Nein, das ist hier, wie gesagt, die größte Feier im Kölner Karneval fürs Volk. Es ist quasi wie der Wiener Opernball, bloß ohne die blöde Tanzerei, kann man sagen. Das ist ungefähr das hier. Nicht wahr? Ja, muss man sagen. Nein, und das ist wirklich, das ist die Karte. Ich muss, ich erkläre das gerade und dann mache ich, fange ich, mache ich, gehe ich. Ich muss das gerade erklären. Die Karten hier, die kann man nicht, wie soll man sagen, die kann man also nicht, wenn man die, die kann man nicht kaufen. Die Karten hierfür muss man sich quasi erwulfen. So was in der Art. Ja, das ist neu. Ja, jetzt sind sie wach. Alle von der Opposition, das ist schön. Ja, habe ich mir selber einfallen lassen. Erwulfen, verstehst du? Da war, war aber on Buhai jetzt, ging mir so auf die Nerven. Darf man überhaupt Karneval feiern in so einer Krise? Na ja, Wulf, da habe ich jetzt, wochenlang hast du nur gehört, Affäre, Affäre kann nicht. Nur der Nachname war mir unbekannt. Affäre Wulf. Ist ja so weit gegangen. Willst du den Fernsehen? Haben sie Sondersendung? 20.15 Uhr, kennt mich seit 30 Jahren für, ich komme nicht rein. 20.15 Uhr sitzt er da auf zwei Kanälen, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, auf zwei Kanälen gleichzeitig, ja, und ist da am Erzählen. Ich sage zu meiner Frau, da müssen wir unbedingt gucken, Sondersendung, 20.15 Uhr, da muss was passiert sein. Die haben keinen Streusalz mehr, irgendwas ist los. Wir müssen da, wir gucken. 20.15 Uhr. Echt? Ich schalte, jetzt schalte ich da, ich bin mir am Aufregen, ich mache gleich Gratulierung, dann bin ich auch raus. Hier, guckst du nach vorne, du bist gerade erst im Abend. Kann sich ganz schnell ändern. So, jetzt, genau. Jetzt gucke ich mir das an, um 20.15 Uhr setze ich mich vor den Fernseher und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich diesen Mann, den ich vorher noch nie sehen habe, in diesem zerknitterten Kommunionsanzug, der mir erzählt, wo er in Urlaub war, mit wem, wer ihm das Isolierglasfenster bezahlt hat. Wie eine Transparenz, ne, und so. Das habe ich nicht verstanden. Da gucke ich mir 20 Minuten einen an, der sich dafür entschuldigt, dass er jemanden kennt, der ihm geholfen hat. Liebe Fernsehnation, der Kölner an sich versteht hier das Problem nicht. Was für ein Blödsinn, oder? Wenn hier keiner einen kennen würde, wäre keiner im Saal, verstehst du? Wer hier lehrt. Ich schreibe, man kriegt sich nicht mehr ein. Herr Roth, das sieht nichts. Herr Roth, Sie kennen die falschen Leute, Sie sitzen sehr weit hinten. Das ist wirklich normal. Verstehen Sie zu Hause an der Geräte. In Köln ist er, Adenauer hat, das ist ein Gesetz, man kennt sich, man hört sich, das ist in Köln normal. Nicht wahr? Und Adenauer hat es bis zum Bundeskanzler gebracht. Nicht wahr? Mit seiner eigenen Stimme. Also man sollte sich auch selber kennen. Das ist auch sehr wichtig, dass er sich selber mit ins Boot nimmt. Nein, ich verstehe das nicht. Ich habe da kein Verständnis. Gut, ich meine, jetzt muss ja nicht jeder immer gleich zurücktreten, ist ja furchtbar. Das ist ja Quatsch, nicht wahr, weil wir diese zurücktreten. Der guten Wersch ist ja frei, kann der doch machen. Der kann den Kredit dann abschreiben. Wortwitz vom Feinsten. Alles, äh, ich kriege mich selber nicht mehr ein. Sie überlegen noch, ne? Ja, ja, das... Ich muss sagen, lasst es doch einfach, lasst es doch Kölner werden. Pass auf, eins muss ich sagen, ich fange dann aber auch an. Eins muss ich sagen, Herr Bundesherr, ja, was für einen Titel Sie auch gerade zur Ausstrahlung dieser Sendung noch haben. Ich weiß es ja nicht. Nicht ja noch zwei Tage. Oh, schon so spät. Nein, Herr, hier, Dingens. Herr, pass mal auf, eins muss ich Ihnen, eins muss ich Ihnen sagen, was Sie da mit der Presse gebracht haben, das war wirklich, das war nicht, äh, da hätten Sie auch, quatschen Sie, ja, den Anrufbeantworter voll. Also, schicken Sie doch eine Mail, das hört keiner, verstehe ich, da, zu gesülzt, selber schuppen. Das nervt mich aber langsam auf, ich habe auch keine Schützen im Saal, das ist ja aus dem Königsvogel hier, so. Herr, Herr, äh, hier, Dingens. Wenn Sie das nächste Mal bei der Presse, Sie müssen schon, Sie müssen schon wissen, wie man mit der Presse arbeitet, das lernt man selbst im Kölner Karneval, also, so schwer kann. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp, wenn Sie jetzt noch nicht, wenn Sie noch da sind, also, wenn Sie jetzt, was auch immer Sie sind, so, ähm, gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp für die Pressearbeit. Ich mache das zum Beispiel so, wenn mich in Köln die Presse anruft und fragt, Herr Metzio, wie ist es? Dann sage ich immer, weiß ich noch nicht, ich muss morgen erst mal Ihre Zeitung lesen. Wenn dann am nächsten Morgen drinsteht, dass ich im Krankenhaus bin, ich aber zu Hause sitze, rufe ich direkt im Krankenhaus an und sage, tut mir leid, dass ich fast spät dran bin, aber Sie wissen ja, schnell, schneller, express. Ne, das ist dann, zack, so läuft das dann da. Ja, so muss ich... Ja, ja, ja. Ich war, Herr, äh, Bundesdings, bilden Sie sich da mal Ihre Meinung drüber. So, jetzt, ähm, ein ganz anderes Thema, das ist ja, ich wollte jetzt gar nicht die ganze Zeit über Politik, ich habe ja von Politik auch keine, das braucht ja auch kein Mensch, ich wollte ja, äh, den Sternseger, dem, äh, Dreigestirn. Ja, wir haben ja noch früh im Karneval, ich bin völlig durch, ich hatte, ich hatte heute Mittag noch Besuch hier von der katholischen Singmafia, da war ja furchtbar wieder, das ist ja, oh, Kasperle, Melchior und Balsam, oder wie sie heißen, da war ja furchtbar. Noch ein Gloria oder Süßigkeiten. Ich sagte, nein, 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 hier habt ihr alles, nein, nein. Ich möchte hier nicht, äh, politisch werden, ich möchte neben, äh, Amtierinnen, ja, ist schon amtiert, ist schon, ja, ich war noch unterwegs, ich habe es nicht mitbekommen. Herr Roth, das war eine Rede in Ordnung, die ist ja. Ja? Ne, ich habe es ja nicht mitgebracht. Sind Sie beschwerdefrei drüber gekommen, ja? Hier, kleiner Tipp von mir, wenn es nicht so gut geklappt hat, auf keinen Fall die Presse anrufen, sonst sind Sie morgen weg, sind Sie... Obwohl, versuchen Sie es mal, vielleicht ist es in Köln anders, so ist es egal. Nein, ich möchte es jetzt wirklich nicht zu einem politischen Vortrag, ich möchte jetzt einfach unserem Dreigestirn, grad, leck mich in den Knien, was habt ihr denn da gemalt, das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist, das neue Bühnenbild, das Sie sehen, du darfst dich bewegen, du bist gar nicht Bühnenbild, du bist, äh, ein Sessel. Ich, äh, das ist das neue Bühnenbild, habe ich auch in der Zeitung gelesen, der Gürzenich ist in der Moderne angekommen. Hat den Gürzenich mal einer gefragt, ob er das überhaupt will, also ich, äh, komm hier nicht, also das, äh, das ist doch, das ist dieses Wahnsinn, das Gerüst, das große Gerüst, das ist ja... Ja, kennen, viele von Ihnen kennen das, das große Gerüst, das ehemalige Warnzeichen von Köln, ich war, ja, ja, wo der Kölner von meint, dass noch eine Kirche drin steht, das ist aber, die ist schon weg. Ich muss mal durchzählen, wie viele Japaner da jeden Tag mit dem Rucksack reingehen, wenn da jeder nur einen Stein mindet, ist das Ding bald in Peking, also das ist ganz furchtbar, da ist, das Gerüst. Das ist also das, ah, und das, jetzt verstehe ich, ich muss mich erstmal, ich finde mich gerade ein, das ist, das sind diese Kranen, das ist dieser Kranenbau, das dieses Ding. Das ist schön, das muss ich für zu Hause erklären, das ist wieder so typisch kalt, verstehen Sie, das ist, nehmen Sie sich zu Hause, nehmen Sie sich mal Bauklötzchen und dann versuchen Sie das mal nachzubauen, das hält nicht. Ich habe schon wochenlang Angst, die haben Sie ja wahrscheinlich bei Niedrigwasser angefangen zu bauen, jetzt ist Hochwasser, können Sie den letzten Pfeiler nicht mehr hinstellen, das ist ganz gefährlich, ist das. Warte, da geht noch zwei Monate gut, dann fallen die oben, haben wir drei Fußgängerbrücken nach Portz, egal, so macht es der Kölner, das ist ja. Das ist das Bühnenbild, das ist auch toll, ihr habt das toll, wer hat sich das einfallen lassen, Festkomitee, ne, schön, auch hier mit den Menschen drin, mit den Pappblasen, toll, Tünnes und Schäl habe ich gesehen, Tünnes und Schäl gab es gar nicht. Dombaumeister Gerhard, habe ich auch gesehen, er ist der erste Dombaumeister, auch dabei, und Lukas Podolski. Wie stehen wir denn vor der Öffentlichkeit da? Zwei, die es nie gegeben hat, einer, der nicht fertig geworden ist und einer, der nie mitspielt, das sieht doch blöd aus, oder? Ja, das ist der Elf. Ja, der Elf. Da tut er, müsste doch so Leute wie ein Schreimer, ja, Burger, habe ich auch gesehen, Burger, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es ja nochmal geschafft, das war super, wirklich, Burger King läuft ja wie Sau, muss man sagen, das ist ja wirklich eine, äh. Ne, oder, also, ich war, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hätte auch gerne einen Herrn Rotas im Bühnenbild, ich sage mir immer, lieber im Bühnenbild als in der freien Bildbahn, aber das ist egal, weißt du, dann ist ja irgendwie, das ist ja, ich will jetzt nicht platt werden, Herr Rotas und ich, wir, schau mal, ich muss das eher nachfragen, wir verstehen uns super, wir sind Freunde, wir sind, ja, wir schreiben uns. Wöchentlich. Er nennt mich immer ganz liebevoll, lieber Verkehrsteilnehmer. Schreibt er mir jede Woche, lieber Verkehrsteilnehmer. Wir kennen das, ne, diese Schreiben, das ist schon, lieber Verkehrsteilnehmer, fand ich jetzt doof, was sie da gemacht haben, entweder treten sie zurück oder schicken 10 Euro, also, ne, dann sage ich immer, wenn du deinen Laden im Griff hättest, ich ein Parkplatz, ja, das ist egal, das ist, äh, das ist unsere Kommunikation, ne, aber komm, ist gut, ist gut, komm, ich fange jetzt an, ich fange jetzt an, ne, ich sage mal, Hauptsache das ist bunt, das ist, es hat wichtig sein können, Köln muss man wirklich sagen, dass das bunt ist, das ist, das ist, das ist, das ist so ein keksches Gefühl, das kann man ja nicht beschreiben, bringt's hinge, glaube ich, dieses Jahr, Kölne, du bist bunt, ne, ja. Ja, jetzt ist jede Sprache in der Mund, jetzt ist jede Verwupp der Fahnen, Kölne, du küss an, das, das sind so Gefühle, die kann man zu Hause an der Bildschirme, kann man nicht verstehen, da muss man nach Köln kommen, man muss das einfach spüren, was hier abgeht, das ist, äh, unbeschreibt. Ich glaube, Köln ist eine Stadt, ich glaube, weltweit die einzige Stadt, die zigtausend Lieder ihr eigenen, zigtausend Lieder, in denen der Kölner am liebsten über sich und über die Stadt singt, über die Offenheit, über die Menschlichkeit, über die Wärme und über die Toleranz der Kölner. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe in der Zeit, wo ich, ja Schatz, gerade so schön, ich komme nicht runter in dem Sack. Das, jetzt sitze ich wie Sie, ne? Ich habe gerade in der Zeit, in der ich hinter der Bühne stehen durfte, so kurze Zeit, habe ich viele, viele Beiträge gesehen, auch der Kollegen. Und ja, sie haben es alle mitbekommen, einer derjenigen, der uns viele, viele dieser Lieder geschenkt hat, ist von uns gegangen. Und dann habe ich zu Hause gesessen und dachte, mein Gott, jetzt, was mache ich als kleiner Karnevalskasper? Sagst du was? Dann habe ich mich hingesetzt und habe mal überlegt, was hat er denn so geschrieben, nicht wahr? Und dann fiel mir eine Geschichte ein, beim Sammeln der Lieder, fiel mir eine Geschichte ein. Ich hatte ein Treffen, damals mit Hans Knipp, in einer Fernsehsendung, in einer der wenigen Sendungen, die er damals überhaupt besucht hat. Und da hatte der Moderator, Bernd Stelter, hatte gesagt, nach der Sendung zu ihm im Gespräch, sagst du, lieber Hans, ich weiß, du bist ja bescheiden und du magst das nicht, wenn man dich Bauch pinselt. Aber ich habe eben in der Sendung gesagt, du hast tausend Lieder geschrieben. Und da guckte Hans Knipp ganz bescheiden zurück und sagte, Bernd, macht nichts, es waren 1400. Und da habe ich gedacht, ja, das ist kölsche Seele, oder? Und es ist was passiert, ich erzähle das noch gerade, es berührt mich einfach. Wir haben uns am Tag nach seinem Tod durch Zufall getroffen in der Hofburg. Viele Musiker waren dabei, viele Redner und irgendwann ging Kai Engel, der kleine Kai, ging ans Klavier und spielte in das Gemurmel herein, spielte Maschenken der Alepa Blüm Show. Und plötzlich, völlig untypisch für die kölsche Hofburg, wurde es ganz leise. Und es hat keiner mehr gebrüllt oder geschrien oder hat Lieder mitgegrült. Nein, man summte mit, man lag sich in den Armen, konnte jedes einzelne Wort. Und das ging stundenlang so, jedes seiner Lieder wurde gespielt und alle sangen mit, lagen sich in den Armen. Und nach vielen, vielen Stunden, als es dann zu Ende war, standen wir da, hatten alle feuchte Augen und hatten, glaube ich, alle nur das eine im Kopf, ja, das ist Kölle. Ganz still standen wir da und dieses Gefühl, das durfte ich mitnehmen aus dieser Nacht und möchte mich deswegen an dieser Stelle in meiner Art und ich glaube auch in seiner einfach nur verneigen und sagen, danke, Hans Knipp. Ja, naja, so. Ja, jetzt, jetzt haben wir da einen wieder, das ist auch wieder typisch Kölsch für Sie zu Hause. Also jetzt hast du das Wein in der Augen und jetzt sollst du wieder weiter lachen. Aber das ist einfach so. Aber komm, ich fahre mal drei Stunden weiter. Ganz ehrlich, der Bauer ist ja kein Bauer, das ist Quatsch. Die Jungfrau, äh, ist auch schon was länger her. Ja, ne, und der Prinz, der ist, äh, der ist der wichtigste von den dreien. Hm, ich, ich, Markus, ich wollte es nicht ansprechen. Ich muss aber, nein, weißt du, ich habe gerade über Toleranz und Weltoffenheit gesprochen. Ich muss es ansprechen, ohne es auszusprechen. Lieber Zuschauer zu Hause, stellen Sie sich vor, vor vielen, vielen Wochen gab es diese tolle Hochzeit. Ich war auf der Insel, nicht der Krautmacher, hier der andere, der, äh, der William, ne. Hatte er seine Karte, hat er ja geheiratet. Und da saß der Kölner an für sich vorm Fernseher und hat gesagt, guck mal, da heiratet der Prinz seine Frau. Schade, dass man doch den Kölner nicht handen könnte. So ungefähr war das. Und so habe ich es ausgesprochen, ohne zu sagen, Markus, aber das ist genau das, was ich meine. Wir haben 100.000 Lieder der Freude, der Männlichkeit, des Miteinanders. Lasst uns 100.000 Lieder nicht lügen lassen. Lasst uns sie singen und gemeinsam feiern das Dreigestirn der Session 2012. Ich darf euch nur ganz recht herzlich gratulieren und wünsche euch, man sagt es immer, bei der Prinzenproklamation hast du ein ganz schreckliches Publikum, als Redner hat man richtig Angst. Wenn ihr das Publikum für die ganze Session habt, dann wird es die geilste Zeit eures Lebens. Ich wünsche euch eine tolle Session 2012. Darf mich verneigen, ihr Untertänigster, Marc Metzger. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Hofnacht, Marc Metzger. Lasst uns auch drüber, ein anderer Kölner. Best Komitee, Marc Metzger. Danke dir, Marc.